Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Video LS17 Partner Edition in der letzten Folge den EC Kipper gekauft das ist ein kleiner Rückblick um 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 so viel vorhanden hatten vor dem Kronen kommen fast so früh weggefahren wie ich spreche jetzt alles ich bin hübsch im unterdurch mal ausmachen Hehehe. Genau. Hehehe. Hey, für 11 wird ein Unnetbookiert. Keine Ahnung, von welchen Objekten. Hehehe. Schon. Ist auf jeden Fall jetzt gleich leer. Ach, 5 Prozent. Lass uns mal. Ich hab's ein bisschen eilig. Ich will zwar wissen, viele Leute nehmen ja für das nächste kommende Jahr, also 2018, was vor. Was besser machen wollen wie in 2017. Ich würde interessieren, was wollt ihr besser machen? Keine Ahnung, Schule? Oder neue Freunde? Keine Ahnung. Wird ihnen das besser wieder reden? Hehehe. So wie ich. Nein. Da schaue ich echt. Das ist nicht dergleichen, ne? Ich fand den Mod besser wieder. Wieder Mod sind größer und stärker aus wieder. Hier Keyes, aber wohl. Warum hab ich das? Eigentlich nicht so. Das ist so. Da geht der ULs wenig rein. Da geht der ULs wenig rein. Ich hab's gedacht 30 Tausende. Ja. Das war's jetzt. Wie das schon mal, wer woher ist? Na, 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 na. So, warte mal, wir können den schon machen. Äh, nö. Maximal einfach, und ja. Bisschen Gas geben, schon. Oh, ne, loil, geht er mir nicht rein. Nein, okay, ne, mummi. Ich kann das. Für einen Profi. Das sagt du. so hehehe nein oh oh so 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 doch einfach e naja passt ich hab Vertrauen an den nicht aber naja ich bin vollkommen endlich ist er bald auch mal hier fertig zum Glück Hallo Kollege Kollege Hallo so ist schon knapp hier mit dem Rohr muss man nicht sagen warte ich weiß nicht die Kippe noch voll das würde mich verfreuen 50% 50% haben Hallo also bitte stehen so so Hallo halt stopp Junge Junge dann machen wir uns nicht kann ich ich verstehe ich glaube so schnell so aber abgebilden das muss TÜV gemacht werden bald kann er nicht erkennen wow wow 7000 oder kann man irgendwo noch betzenpreis betzen betzen 0 ist die neo naja es geht eigentlich ne ist die nicht direkt ich will es auch sagen gleich oder so packst du die beiden betzen ich glaube er nicht 95 ps und er braucht ja wir können schon ein bisschen entladen kann man sich nicht z z z kacke h 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 j und zurück muss aber ein Kollege. Oh Gott, ist das auch viel. Warte mal, warte mal, warte mal. Meter. Zwo- Fuckin' haus. Also Zuckerbau werden wir nicht mehr hier auf dem Feld machen. Wenn überhaupt. Fährst du? Das wird das auch schon wieder voll ist. Mann, das fällt ja hier auf, nein. Das ist das. Hm. Da da. Na ne. Ne. Warte mal. Warte mal. Komm schon, gibt's Stoff gar nicht hier. Ne. Wie ging das denn jetzt mit Alra und etc.? Pipi. Keine Ahnung. Weiß nicht. Na ja. Komm wie jung. Drittes Rohr. Danke. Schии. Sch bum. Da. Ja. Du siest schuft. Du siest schuft. Komm wie jung. Du siest schuft. Du siest schuft. Wir müssen jetzt mit dem вижу. ich weiß mein Stuhl quietscht so ein bisschen du hast hängst du warte mal oh sorry das ist unten im Text das ist bisschen vergessen auszumachen deswegen es geht jetzt am Anfang wir vielleicht mal dann ist er auch der Schosselkopf hat wieder vergessen auszumachen der Grashebel was ist alles was ist alles Kursen Kursstil die Juden nun nun ich bin schon mit aufgenommen um um die Sorge das ist nicht schön als Vorliebungshof mit und schließen wenn jetzt alles gut gelangst habt ihr nicht gehört dann ist unter die 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 seine Korn fast wieder voll noch nun noch nicht für die Hälfte auch was was war Wir bauen ja den Kurs bestimmt öfters, dann machen wir es einfach so, hoch zur Zuckerfabrik und zurück. Wenn wir fahren, ist oder so, dahin. Sieht so geil aus. Ich freu es schon aufs Arbeiten. Zuckermühle, Zucker, Zucker. 100,000, äh, 150, sorry. Was soll denn noch kaufen? Ich will da noch einen Post noch kaufen. Oh, ja, ja, ja. So, wir bauen. Hier. Ein Wartepunkt. Das war uns halt immer Bescheid sagt, wenn er da ist. Der Kurs wieder einen heißen, äh, Hof, Zucker, Hof. Mit Zucker, weiß ja, Zuckerfabrik. Ich hab da ja nichts anderes außer Zucker. Junge, Junge. Wir haben einen Wartepunkt gesetzt. Also, von daher, wer etwas von der Zuckerfabrik will, haben wir ja noch den Wartepunkt. Na, das sehr viel hin. Oh. So. Aber, ich verabschiede mich noch nicht ganz. Jetzt, betreschen das jetzt auch fertig, dann noch. Weil, ja. Gusslasch. so hier alles gut stehen. so oh oh Zucker oh ja so ich hab Caps um na ah warte mal warte mal um warte 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 so warte 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 so wie zu tun warte 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 so das ist fertig warte so gut geschätzt dass der Kuppe voll wird da 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 na na ich lass mal kurz weg kurz aus Klöschchen ich lass es aber hier mitfahren ja ob ich rede wenn ich dann zu dir schuld ihr wisst bescheuert wo die Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe eine gute Unterhaltung gehabt. Und dann... Also wir setzen dann nächstes Mal den Kursbild hier an. Das heißt, ich presse den ganzen Mist nicht. Und dann nur Kartoffeln. Ein PS reichen. Das ist so... 105... Post für die Ballenbusser. Perfekt. Ich bin... Ich bin... Ich habe eine große Strecke. Ich bin... Ich bin... Nun... 5 er machte nur aus ein Schuss von hinten von den Schrauben Jo und Schatz gesehen als du verletzt bald nicht mehr bis zum nächsten Feld Kollege ich habe das schon unten eingebendet bitte bewerten wie ihr das Video und fandet mich auch interessieren mit dem Däumchen oder nicht Däumchen doch Däumchen oder Daumen runter halten das Ziel wir stellen auch die Schleimhäuser alles eine Gründe ein Kreis hat dann bin ich schiefen Köln von Kino verkaufen der U-Begel so gibt es das Bauer Klaus der Masse raus Manni der Kollege viel zum tun mit beim Kostmann die Zügerrohr ernten ernte pausieren glaube ich bei uns für einen Taktor ein ein uhr und der Kuppert zieht Schwarzschule entweder wir passieren das ganze oder wir kommen zu neuen Norden und ich um den wir kaufen dies noch ein Ergebnis abschiedlich ich hoffe ich bin schon Tag heute jetzt bei mir ist es gewünscht in einer Kunde ab und hier und wäre cool und ja ich bedanke mich fürs Zuschauen haut rein und bye bye haut rein, bye bye hm nein, komm rein schaue nur hm 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 bis